Was meine Kollegin meint, ist, wir tun nicht, was Sie uns sagen. Gut. Wir untergraben Ihre Autorität. Na dann, viel Spaß. Wir sind unter keinen Umständen bereit, Sie als unseren neuen Chef zu akzeptieren. Sie sind für uns Luft. Kinder, ich muss mich hier konzentrieren. Könnt ihr euch nicht jemand anders suchen, dem ihr auf die Nerven gehen könnt?